meine damen herzlich willkommen meine herren herzlich willkommen zu deiner zwölf wochen intensiven millionär ausbildung ja wir haben hier von millionär university von bewusstsein university ein dreimonatiges programm entwickelt damit jeder menschen damit jeder der wirklich bereit ist wirklich seine absolute freiheit zu leben ja in diese drei monate wirklich sein fundament für das sein leben aufbaut sein millionär leben ja wir haben ein schritt für schritt anleitung entwickelt wie du wirklich in 1 bis 3 jahre wirklich millionär wirst und ein sechs oder sogar siebenstelliges herzensbusiness aufbaust es hängt natürlich ab von deine ziel das was du wirklich willst und in diese drei monate in diese zwölf wochen bekommst du das fundament bekommst du das was du wirklich brauchst und wirklich hier auf der erde wirklich frei zu sein und wenn ich sage absolut frei dann meine ich finanziell frei geografisch frei zeitlich frei beruflich frei und natürlich persönlich frei denn es ist wichtig hier dass du wirklich ein freies leben führst du bekommst also eine schritt für schritt anleitung wie das genau funktioniert und wie du es schaffst wirklich ein wahrer millionär zu werden wenn denn es gibt denn es ist ein ganzheitliches system was wir aufgebaut haben und nicht nur auf geld bezogen weil geld ist einfach nur gedrückte freiheit geld ist einfach nur gedrückte liebe sozusagen und das müssen wir wirklich verinnerlichen denn deswegen leben die meisten menschen in mangel bewusst sein sind die mangel denken deswegen haben sie immer geld probleme oder andere probleme weil sie noch nicht ein wahrer millionär sind weil sie noch nicht zu bewusstsein gekommen sind und es ist wichtig es ist sehr wichtig genau diese schritt hier zu vollziehen zu verinnerlichen und dann ist auch natürlich zu leben und in diese zwölf wochen bekommst du alles was du wirklich brauchst du wirklich ein gewinner zu sein und wirklich erfolgreich zu sein wirklich erfolgreich zu sein im leben und es geht um hier und ware millionär das heißt nicht dass du eine million euro auf dem konto hast und ständig nur probleme und ständig das und das und das andere oder krank bist sondern es geht darum zu verstehen wie das leben wirklich funktioniert wie erfolg wirklich funktioniert ja und diese zwölf monate bekommst du über 50 über 50 lektionen und über 150 video material das heißt diese zwölf wochen sind wirklich intensiv und es ist kein problem wenn du sie nicht in drei monate absolvieren kannst das heißt lass dir zeit weil es geht darum jeder schritt was wir dir geben das muss wirklich vollzogen werden weil wenn es nicht vollzogen ist ja dann kannst du keinen zweiten schritt machen das heißt wir haben wirklich ein system erschaffen wie wirklich jeder mensch wirklich hier absolut frei wird werden mensch wirklich ein wahrer millionär und natürlich auch finanzielle freiheit erreicht denn es geht darum dass du lernst wirklich eine finanzielle intelligenz zu entwickeln das was zum beispiel 99 prozent der menschen nicht haben und deswegen haben wir diese kurs diese millionär ausbildung für dich jetzt entwickelt damit jeder mensch jeder der wirklich will wirklich diese absolute freiheit lebt ja jetzt ab jetzt ab heute hast du keine ausreden mehr keine entschuldigungen mehr wieso es jetzt nicht gehen kann jetzt hast du all das wissen und bekommst du von uns ein ein umsetzgarantie das heißt du hast überhaupt kein risiko das heißt für dich ist es risikofrei diese zwölf wochen ausbildung ist für dich also risikofrei denn zuerst musst du lernen zu gewinnen und dann beginnen denn schon am anfang steht es schon fest ob du ein gewinner bist oder ob du schon verloren hast schon am anfang deswegen brauchst du ja gar nicht anfangen bevor du nicht gewonnen hast denn es ist wichtig denn es ist wichtig dass du bevor du gewinnst schon erfolgreich bist bevor du beginnst schon diese mindset diese millionär mindset diese wahre millionär mindset entwickelt hast deswegen arbeiten wir die meiste zeit arbeiten wir an deinem mindset weil das ist 90 prozent deines erfolges 90 prozent deines erfolges macht dein mindset aus und natürlich die methode die methode und die genaue schritte damit du bekannt werden wirst das ist auch natürlich sehr sehr wichtig aber ohne dein mindset wie gesagt da kannst du die beste methode haben da kannst du tausende von euro in werbung in marketing investieren dann wird dir das absolut nichts bringen und viele leute haben ja diese erfahrung gemacht die investieren in facebook werbung oder was weiß ich was tausende von euro und es klappt bei denen nicht und wieso nicht weil es an das richtige bewusstsein fällt an diese millionär bewusstsein diese reichtumsbewusstsein und genau da da ist unsere hauptaufgabe diese millionär mindset aufzubauen denn bevor ich beginne entscheide ich mich also unwiderruflich für meinen erfolg und überprüfe jetzt für dich zum beispiel ob du wirklich bereit bist wirklich dich zu entscheiden für deinen erfolg das heißt dass du jetzt ein wahrer millionär wird denn ein wahrer millionär bedeutet wie ich gesagt habe dass du alles hast dass du sagst wow es ist so geil auf der erde zu sein deswegen bin ich ja hier ich bin hier um alles zu haben alles zu sein und alles zu besitzen was ich wirklich will denn deswegen bist du ja hier nicht so wie die meisten zum beispiel spirituellen leute die minimalistisch leben und sagen wow das ist auch toll ja ganz klar du kannst glücklich sein auch als penner auf der straße ganz klar ich hatte diese erfahrung schon gemacht deswegen weiß ich ja die ganze die ganze wege was man gehen kann aber viel wichtiger ist dass du jetzt verantwortung übernimmst für dich selbst jetzt verantwortung bedeutet dass du in deine kraft kommst denn die leute fragen mich wie kann jeder millionär werden kann jeder wirklich millionär werden und da mache ich mir immer so einen spaß daraus und da sage ich immer wie kann jeder mensch schreiben lernen kann jeder mensch auto fahren lernen kann jeder mensch englisch lernen oder kann jeder mensch klavier lernen kann jeder das oder kann nur ich das oder der liebe gott oder kann nur das bill gates oder wie die alle heißen was wird jetzt bewusst kann jeder das wenn du jetzt sagst in fünf jahren will ich auf einer insel leben wer kann dich daran hindern wer wenn du sagst in fünf jahren werde ich millionär wer kann dich daran hindern und du merkst jetzt wahrscheinlich nur du kannst dich daran hindern du mit einem fehlenden bewusstsein mit einem fehlenden glaubenssätze die du nicht hast mit einem fehlenden ja diese mangel bewusstsein was du hast du mit einem unsichtbare kern glaubenssätze was du über das leben über das geld über reichtum hast mit diese einstellung natürlich nicht weil deswegen hast du ja jetzt zum beispiel ein bewusstsein von 2000 euro zum beispiel wenn du 2000 euro jedes monat das sind deine ergebnisse das heißt aufgrund eines so seins verdienst du jetzt so viel wie du dir jetzt wert bist ob du dir das bewusst ist oder nicht das heißt du hast noch nicht gelernt verantwortung zu übernehmen für dich selbst du hast noch nicht gelernt verantwortung zu übernehmen für dich selbst weil du hast gesagt wenn du schon die frage stellt wie kann jeder millionär werden kann nicht millionär werden und natürlich jeder mensch kann millionär werden absolut jeder jeder natürlich der wirklich will und natürlich bereit ist auch die schritte zu tun und genau diese zwölf wochen millionär ausbildung ist genau für dich entwickelt genau das zu entwickeln dass du wirklich deine millionär idee entwickelst denn theoretisch und dr peter lorenz hat es sehr gut formuliert indem sagte jedes jahr hat jeder mensch theoretisch sieben ideen den wirklich millionär machen können aber er weiß nicht welche wann funktionieren und genau deswegen haben wir diese millionär ausbildung entwickelt genau diese idee deine idee deine millionär idee genau das in der welt zu bringen genau mit dieser idee mit ein millionär idee mit einer unwiderstehliche allein stellungsmerkmal ein wahrer millionär zu werden denn es geht hier nicht um geld wie gesagt verstehe das bitte nicht falsch geld wie ich gesagt habe ist nur gedrückte liebe gedrückte freiheit geld ist einfach nur ein spiegel deines bewusstseins erkenne die wahrheit und natürlich haben viele schlechte geld programmierungen und ja geld ist teufelszeug oder was weiß ich und solange du diese programme hast deswegen hast du ja die ergebnisse jedes monat was du hast weil du noch nicht zum beispiel die verantwortung übernommen hast für dich du gibst die verantwortung jemand anderen der staat ist schuld gottes schuld die politiker oder das system sagst du oder was weiß ich was und nur wenn du das so machst denn deswegen stehst du da wo du bist deswegen haben wir diese millionär ausbildung entwickelt damit du wirklich diese deine idee deine lebensaufgabe sozusagen deine vision in die welt bringst du viele menschen erreicht und wir haben dir eine schritt für schritt anleitung gegeben wie das genau funktioniert damit du wirklich viele menschen erreichst damit du passives einkommen generiert es ist alles da nur du bist ja nicht da weil du bist in verschiedenen matrixen verschiedene konzepte stehst du fest erkenne die wahrheit und deswegen ist es wichtig dein mindset ein millionär mindset wirklich zu entwickeln denn das ist 90 prozent deines erfolges weil wie gesagt du kannst jetzt werbung investieren und in ein verschiedenen methoden die das lernen und so weiter aber das wird nicht bringen wenn dein bewusstsein wenn dein mindset wirklich nicht gut dasteht wenn nicht richtig funktioniert und das ist das wichtigste genau da beschäftigen wir uns acht wochen mit diesem mindset weil das muss stehen und wenn das stark ist dann geht es an die methode dann geht es natürlich dann brauchst du die richtige methode dann brauchst du die richtige eine verkaufsmaschine zum beispiel dass du nicht nur so eine webseite hast sondern eine seite wo dir passives einkommen weil das ist die zukunft eine finanzielle intelligenz zu entwickeln denn schaut ihr die größten firma der der welt dann schaut ihr die größten denker der welt jetzt zur zeit was wir haben und so solche firmen solche unternehmer wie kugel wie facebook microsoft paypal apple amazon und wie die alle heißen oder solche erfolgreiche menschen wie barack obama bill gates mark zuckerberg waren buffett was haben sie gemeinsam wieso sind sie so erfolgreich wieso haben sie ihre idee so erfolgreich gemacht an was liegt das und das ist auch natürlich durch die faszination internet jetzt in diesem zeitalter werden millionäre innerhalb von eins bis drei jahre früher vor zehn jahren ungefähr dann haben die leute sieben bis zehn jahre gebraucht um millionär zu werden mein wahrer millionär zu werden geht es hier das heißt hier gehen wir einen schritt weiter weil was nutzt ihr wenn du zehntausend euro jedes monat hast und wenn du ständig probleme hast ständig probleme im partnerschaft ständig probleme das weil zum beispiel ich habe noch nie ein problem gehabt im leben ich habe mich immer gefragt wo ist eigentlich das problem und ich habe erkannt okay die leute sind in welche programme fest und klar wenn du in diesem programm fest und du glaubst du bist in diesem programm ja dann ist es natürlich ein problem aber in wirklichkeit gibt es sowas nicht das ist nur deine deine erschaffene programm deine erschaffene realität weil viele leute sagen ja siehst du nicht die realität da draußen und ich sage nein welche realität ich erhebe eine ganz andere realität als du da jeder mensch ein schöpfer ist der schöpfer seines lebens erlebt jeder mensch seine realität und meine realität ist dass zum beispiel seit zehn jahren meine absolute freiheit lebe dass ich das mache wann ich will ich stehe auf was wann ich will ich mache das was ich will wo ich will mit wem ich will und es funktioniert das seit zehn jahren und da sagen die leute ja ja du hast glück oder was weiß ich was aber im leben gibt es kein glück es gibt nur und wirke und wirkung es gibt keinen zufall ja zufällig triffst du den oder zufällig kommt der in dein leben nein nein es ist umgekehrt weil du bist so wie du bist das ist ja dein mindset dein bewusstsein ziehst du genau das an was du brauchst um genau diese erfahrung zu machen was du machen willst erkenne die wahrheit und deswegen ist es wichtig dir passives einkommen zu generieren das ist finanzielle intelligenz und das darfst du entwickeln deswegen haben wir diese millionäre ausbildung entwickeln dass du eine finanzielle bildung entwickelst weil solange du deine finanzielle bildung entwickelst dein millionärbewusstsein nicht nicht entwickelst dein rechnungsbewusstsein ja wenn du keinen weg findest so wie Warren Buffett sagt im schlafgeld zu verdienen wirst du arbeiten bis du stirbst und jetzt stehst du vor dieser entscheidung jetzt stehst du vor dieser entscheidung wo ich damals vor es sind schon 13-14 Jahre her wo ich auch diese entscheidung mein mentor damals mein lehrer hat gesagt du musst dich heute entscheiden willst du ab jetzt weiter arbeiten gehen oder willst du frei sein bei dir geht es nicht du musst dich entscheiden also entscheide dich jetzt für deine freiheit entscheide dich wirklich ein millionär zu sein entscheide dich denn es ist deine entscheidung ob du millionär wärst oder nicht und die leute fragen mich wieder wie es ist meine entscheidung ob ich millionär werde es ist meine entscheidung ob ich jetzt einkaufen gehe es ist meine entscheidung ob ich in 5 Jahre auf einer insel lebe es ist meine entscheidung nein natürlich nicht es war nur spaß es ist meine entscheidung natürlich und es ist entscheidung deines chefs und es ist entscheidung von Gott Gott sagt du gefällst mir nicht so ja bei dir ist es du du nicht was wird dir jetzt bewusst es ist deine entscheidung und du musst es wirklich vom ganzen herzen vom ganzen sein wirklich wollen denn nichts ist wichtiger als du deine absolute Freiheit lebst als du wirklich als ein wahrer millionär hier lebst und du entscheidest in jeden augenblick hast du die möglichkeit dich neu zu entscheiden das ist das schöne in jeden augenblick kannst du dich neu entscheiden und deswegen tu dir jetzt eine unwiderrufliche entscheidung für dich treffen denn es geht nur um dich und dein leben ich lebe das schon und deswegen stelle ich diese ausbildung zur verfügung weil ich will dass jeder mensch absolut frei wird dass jeder mensch sagt wow ist es so geil auf der Erde zu sein ich lebe mein Leben ich lebe meine Freiheit ich bin nicht mehr abhängig von diesem System hier von diesen ja von diesen alten System und du kannst dich befreien du kannst dich aus allen Matrixen befreien du entscheidest und du entscheidest jetzt entscheidet keiner für dich und wenn du nicht die Entscheidung triffst und andere für dich entscheiden erkenne das an deswegen stehst du dann auf wenn andere dir sagen dass du aufstehen sollst deswegen machst du das was andere dir sagen was du machen sollst und deswegen lebst du das Leben was die anderen dir sagen die sagen dir jetzt kannst du nach Hause gehen jetzt stehst du auf jetzt gehst du dorthin und jetzt machst du das und jetzt machst du das erkenne die Wahrheit wenn du nicht die Verantwortung und zwar die 100% Verantwortung für dich übernimmst deswegen investiere jetzt Zeit und Geld in diese Millionär Ausbildung und befreie dich aus allen Systemen du kannst es ja nur für dich machen und wie gesagt du hast hier absolut kein Risiko das ist eine Umsatz Geld zurück Garantie das heißt wenn du das nicht schaffst und wenn du das nicht umsetzt wenn wir genau die Schritte geben und genau das machst was wir dir sagen ja dann bekommst du dein Geld zurück das heißt du hast absolut kein Risiko du hast null Risiko du machst es ja nur für dich und wir zwingen dich ja sogar zu deinem Glück weil jetzt hast du keine Ausreden jetzt habe ich nicht gewusst oder wusste ich nicht oder was weiß ich was jetzt kannst du nichts mehr sagen jetzt hast du die Ausbildung ja und hast du absolut keine Risiko die Frage ist nur bist du bereit willst du wirklich aus deinem goldenen Käfig raus bist du dir wert ein Millionär zu sein ein Millionär Leben zu fühlen ein wahrer Millionär der ist eine absolute Freiheit bist du dir wert oder sind deine Konditionierungen und deine Programmierungen sehr stark weil deine Programmierungen sagen ja wie soll das gehen oder wie soll ich das erreichen ja indem du diese Ausbildung machst indem du endlich Verantwortung übernimmst für dich indem du lernst dich neu zu ordnen dich neu anders zu denken weil du wenn du so weiter jetzt denkst wie bisher wenn du so weiter jetzt fühlst wie bisher wirst du das erleben was du jetzt erlebst das heißt wenn du jetzt noch nicht deine absolute Freiheit hast noch nicht als wahrer Millionär bist noch nicht deine Träume erlebst dein Traumleben dann ist es für dich die Antwort dass du die Programme von anderen du lebst ja gar nicht dein Leben und wie lange wirst du das so machen wie lange noch also treffe jetzt jetzt und heute für dich die unwiderrufliche Entscheidung wirklich Millionär zu sein ein wahrer Millionär der wirklich sagt wow es ist so geil auf der Erde zu sein wann ist endlich Montag das darf deine Einstellung sein wann darf ich wieder schöpfen wann darf ich wieder wirken das ist so geil hier zu sein dass du das machst was du liebst und mit dem was du liebst wirklich 2.000 5.000 10.000 oder noch mehr je nachdem was dein Ziel ist im Monat zu verdienen weil wenn du sagst vielleicht für mich ist 5.000 reichen dann ist es für dich so und das ist der wahre Millionär sage ich der wahre Millionär hat nicht mit Geld zu tun weil was bist du mit hunderte tausende von Euro oder Millionen auf dem Konto wenn du keine Ahnung hast wie das Leben funktioniert und genau in diese Millionär Ausbildung diese 12 Wochen bekommst du alles was du wirklich brauchst um wirklich ein wahrer Millionär zu sein um wirklich 10.000 20.000 100.000 im Monat zu verdienen und sogar an einem Tag wir haben hier Geschäftspartner von uns schau wir haben auch nicht diese Mindset zum Beispiel dass wir in einem Tag halbes Million machen das haben wir nicht aber Geschäftspartner von uns die haben diese Grenze nicht und die haben es geschafft in einem Tag halbes Million Euro und da gibt es andere Leute die schaffen es in einem Tag über eine Million zu schaffen in einem Tag wie gesagt alles ist möglich die Grenzen sind in deinem Kopf du musst erkennen und solange diese Grenzen noch in dir sind deswegen ist es wichtig genau diese Grenzen zu sprengen deswegen ist es diese Ausbildung hier für dich gedacht du musst deine Grenzen sprengen Schritt für Schritt wie gesagt es ist ein Prozess und deswegen ist es ja in drei Monate weil es ist ein Prozess und wenn du es nicht schaffst in drei Monate dann nimmt dir so lange Zeit bis du wirklich diese Schritte vollzogen hast denn ob du denkst du kannst das oder du kannst es nicht du wirst auf jeden Fall recht behalten das heißt ob du glaubst dass du Millionär wirst oder nicht wenn du sagst ja so ein Scheiße ich kann das nicht ich bin zu doof ich bin zu klein dann wirst du genau das erleben du wirst erleben wie du klein bist und du wirst sehen schau der andere ist wieder Millionär geworden der hat es auch geschafft aber ich kann das nicht aber du kannst das ich sag dir jetzt und solange du ein kleiner Funke in dir ist solange du wirklich an dich glaubst hast du alle Chancen wirklich zum Millionär zu werden und mit dieser das ist wirklich die Chance deines Lebens diese Millionär Ausbildung diese 12 Wochen ist für dich wirklich gedacht wenn du wirklich deine Grenzen jetzt sprengen kannst weil du hast du gemerkt die Grenzen sind in deinem Kopf du kannst alles erreichen wenn Bill Gates kann oder wie die alle heißen die erfolgreichen Menschen sozusagen da kann jeder das kann jeder jeder kann Millionär werden mach es dir bewusst jetzt jeder kann das nur natürlich musst du was tun das heißt zuerst musst du deine ganze Blockaden deine ganze Mangelbewusstsein das ganze und deswegen das ist ja das Mindset deswegen sag ich ja das ist unsere acht Wochen sind wir damit beschäftigt zum Beispiel nur mit dieser Mindset mit diesem Bewusstsein zu entwickeln wenn das steht ja wie gesagt dann interessiert dich nicht was rechts und links ist dann machst du einfach dein Ding und du ziehst das an was du brauchst und die Leute werden sich wundern und sagen was ist mit dir los so kenne ich dich gar nicht ja genau denn es ist Zeit groß zu denken es ist Zeit groß zu sein denn du hast genug klein gelebt du hast genug ja klein gedacht und solange du denkst dass die Ursache für dein Problem da draußen ist solange du denkst dass jemand oder etwas für dein Leiden für dein Leben verantwortlich ist ist deine Situation hoffnungslos erkenne die Wahrheit denn du bist verantwortlich deswegen habe ich dir gesagt 100% Verantwortung wenn du das übernimmst und nicht mehr die Verantwortung gibst zu den Ärzten zu den Politikern weil viele Leute sagen ja wenn das System besser wird dann werde ich es schaffen oder wenn die Politiker da bessere Entscheidungen treffen kümmere dich nicht um anderen kümmere dich jetzt um dich jetzt deswegen ist diese Ausbildung nur für dich gedacht wenn du wirklich willst natürlich verändern wenn du klar dein weiteres Opferleben lebst und jammern willst und deine moderne Sklaverei dein goldenes Käfig bleiben willst ja dann bleib dort in deiner Komfortzone kannst du ja weiter so machen wie bisher kein Problem da wirst du immer das erleben was du jetzt erlebst oder du entscheidest dich in deine finanzielle Bildung zu investieren du entscheidest dich dein Leben neu zu strukturieren denn Reichtum ist kein Zufall sondern ein Resultat unserer langjährigen und meist unbewussten Konditionierungen und meistens sind es Geld Konditionierungen erkenne die Wahrheit und jetzt geht es darum wirklich diese 100% Verantwortung zu übernehmen denn ich kann dir sagen alles was dir alles was du erlebst alles was dir widerfährt hast du verursacht bewusst oder unbewusst aber meistens hast du es natürlich unbewusst gemacht und du wunderst dich ja wieso passiert das in meinem Leben ja wieso geschieht das ja was habe ich jetzt gemacht sagen viele Leute ja wieso immer ich was mache ich nur falsch genau es geht um dein Mindset deine Art zu denken deine Art die Welt zu sehen deine Lebenseinstellung deine Art zu leben und das muss geändert werden deswegen ist es diese drei Monate Ausbildung für dich da damit du genau diese Mindset bekommst genau diese Bewusstsein entwickelst damit du wirklich zu dem Menschen entwickel der du sein willst weil das ist wirklich von uns von Millionärbewusstsein von Millionär-University wirklich unser Traum dass jeder Mensch wirklich seine Freiheit lebt seine absolute Freiheit dass wir uns jetzt befreien aus diesem Kindergarten hier was wir hier das ist ein Kindergarten ich kann es nicht anders nennen das ist ein großes Kindergarten aber gut wir wollten ja diese Erfahrung machen und jetzt haben wir uns neu entschieden und es gibt schon Leute so wie ich die schon ihre absolute Freiheit leben schon seit Jahren und jetzt bist du dran denn das kann jeder wie gesagt ich habe das auch mein damals Lehrer von über zehn Jahren habe ich dir gesagt ich habe zwei Jahre gebraucht zwei Jahre habe ich gebraucht um das zu verstehen was der mir damals gesagt nie mehr arbeiten wo ich mir gedacht habe wie soll ich nicht mehr arbeiten ich habe gesagt ich habe doch Rechnungen ich muss doch Miete zahlen wie soll ich jetzt nicht mehr arbeiten was soll das du Multimillionär laberst mich hier voll ich war aggressiv geworden weil ich damals einfach ein junger Kerl war und das habe ich einfach nicht verstanden und der hat nur gesagt die Zeit wird kommen da wirst du verstehen und du wirst nie mehr arbeiten das heißt du machst alles was du machst mit dem Herzen du bist voll mit deinem Sein da und du machst das was dich erfüllt und so gehst du von einer Erfüllung zu einer Erfüllung und du bekommst alles was du wirklich brauchst du bekommst Geld du bekommst alles und so lebst du deine absolute Freiheit natürlich das ist eine Entwicklung sage ich aber du musst zuerst das Fundament hier aufbauen das Fundament bist du deine Art zu denken deine Art zu leben deine Lebenseinstellung deine Glaubenssätze und das muss transformiert werden und genau das machen wir diese Transformation nicht nur Information das wird dich informieren mit irgendwelchen totes Wissen sondern es geht um Transformation weil solange du dich nicht transformierst das ist nur bla 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 und wenn du dich nicht veränderst wird sich nichts verändern in deinem Leben und Albert Einstein hat das sehr gut formuliert indem er sagte wenn du so lange machst wie bisher wirst du das erleben was du bis jetzt erlebt hast du kannst ja nichts wenn du nichts änderst in deinem Leben wird sich ja nichts ändern deswegen musst du jetzt offen sein für neues Wissen und diese Wissen natürlich in Weisheit umwandern also wenn du dich änderst ändert sich plötzlich alles um dich herum denn du bist ja der Schlüssel für dein Leben ich bin der Schlüssel für mein Leben und jeder erlebt das was in ihm ist und das ist ja diese Millionärmindset diese Millionärbewusstsein diese Reichtumsbewusstsein nenn es wie du willst du kannst du kannst auch Gottesbewusstsein nehmen aber es geht um wirklich diese Millionärmindset zu entwickeln damit du deswegen haben wir in drei Monaten Millionärprogramm entwickeln diese Millionärausbildung damit du wirklich dieses Wissen für dich in dein Leben integrierst und es dann natürlich lebst und tust dass du wirklich dich positionierst das lernst du auch in unserem Kurs weil solange du das machst was 90% auch andere machen so zum Beispiel früher ganz früher vor über 15 Jahren war ich ja Lebensberater Life Coach habe ich gesagt ich helfe euch alle kommt alle zu mir ich helfe euch alle wem habe ich geholfen nur sehr sehr wenige wieso weil ich nicht wirklich positioniert war weil ich nicht wirklich ja meine Nische gefunden habe sondern ich habe gesagt ich helfe euch alle so funktioniert das nicht und das erkennen viele Leute wieso es bei denen nicht funktioniert weil sie nicht wirklich positioniert sind weil sie nicht wirklich wissen was sie wirklich wollen wo sie endlich anfangen mit einem Punkt fangen mit einem Punkt an und ja gewinnen die ganze Welt also habt die Absicht mit unserem Kurs dich als Experte zu positionieren und werden so zum Star deine Branche du musst du musst auffallen um jeden Preis du musst dich natürlich zeigen aber wie ich gesagt habe du brauchst ja gar nicht Werbung machen wenn du nicht dein Mindset wenn du nicht weißt was du wirklich willst wenn du nicht dein Bewusstsein sich so etabliert ist das heißt das muss zuerst passen und dann kannst du dich zeigen dann geht es natürlich um die richtige Methode das muss alles passen um wirklich erfolgreich zu werden und hier in diese drei Monate bekommst du genau dieses Wissen denn geht nicht gibt es nicht sowas gibt es nicht wenn einer sagt es geht nicht sowas gibt es nicht es geht alles sicher du bist verantwortlich und keine Macht der Welt kann sich der Kraft einer Idee widersetzen der Zeit gekommen ist keine Macht der Welt und jetzt ist die Frage mit was willst du wirklich Millionär werden mit welcher Millionäridee willst du wirklich mindestens eine Million Menschen helfen ihre Lebensqualität zu verbessern ihre Probleme weil alle Menschen haben anscheinend Probleme alle sind gefangen irgendwo in irgendwelche Programmierungen in irgendwelche Matrixen und deswegen ist es wichtig dann genau diese Lösung zu bringen was ist also die treibende Kraft der Geschichte nicht die Wirtschaft nicht die Wissenschaft nicht die Politik es sind die Kräfte der Ideen die Visionen Träume und Ideologien es ist also dein einmaliges unwiderstehliches Angebot deine Millionäridee und es sind die Menschen die wirklich bereit sind diese Ideen erfolgreich umzusetzen weil einfach nur Träumen so wie die meisten Menschen die sind einfach nur Träumer es geht darum es geht darum wirklich ein Macher zu werden das umzusetzen und so ein Mensch solltest du aufhören und deswegen haben wir diese Millionär Ausbildung für dich entwickelt damit du genau ein Macher wirst denn wir brauchen deine einmalige Millionär denn die Welt braucht wirklich dein Angebot damit du wirklich viele Menschen hilfst und es steht sogar in der Bibel in der Bibel steht das wer unter euch der Größte sein will der soll euer Diener werden der soll euer Diener werden dann schaut ihr die ganze erfolgreiche Menschen wo wir festgestellt haben Facebook und wie die alle heißen Google alle haben eine Idee und durch einfache Idee ist es ein Imperium entstanden durch eine einfache Idee das heißt am einfachen war alles ganz ganz klein und erkenne für dich an und sei ein Mensch der sie nicht beehren lässt von anderen die sagen das geht nicht denn stellen sie sich vor alle sagten das geht nicht da kam einer der wusste das nicht und er hat es einfach gemacht erkenne das geht nicht gibt es nicht die Frage ist nur bist du wirklich bereit diese Verantwortung zu übernehmen für dich für dein Leben oder gibst du immer noch Verantwortung bei anderen beim Staat beim was weiß ich wer bei Politiker bei System das braucht dich gar nicht interessieren du machst einfach dein Ding weil du bist ja der Schöpfer deines Lebens erkenne das an es kann nicht einmal einer kommen und dir eine Watsche geben wenn du das nicht verursacht hast erkenne die Wahrheit hier geht es um Bewusstsein und auch um ein Millionärbewusstsein zu entwickeln ein wahrer Millionär denn geht nicht gibt es nicht es geht alles wenn man wirklich will alles andere sind Ausreden und diese Ideen sind die treibenden Kräfte der Geschichte also hab den Absicht jetzt mit deiner Idee oder wenn du noch keine Idee hast das zu entwickeln und genau das machen wir mit dir in dieser drei Monate Millionärausbildung wir entwickeln mit dir deine Millionäridee denn jetzt ist Moment für wirklich deine Idee denn jede Erfolgsstory ist mit einer kleinen Idee gestartet jeder jede Firma jeder Erfolg hat mit einer Idee begonnen und vielleicht kennst du die Geschichte von Steve Jobs das ist eine der berühmteste der Geschichten wahrscheinlich doch auch jedes Buch das du liest jeden Song den du hörst oder den Stuhl auf den du sitzt oder der Couch wo du jetzt bist alle sind mit einer kleinen Idee geboren worden also mach es dir bewusst alles was du siehst war am Anfang ganz klein war ganz unbedeutend nur der Unterschied diese Menschen haben es dann bedeutend gemacht und es ist Teil deiner Realität also wichtig ist dass du deine Idee nicht mit der Spitze diese Erfolge als andere Ideen vergleich denn die Erfolge die wir in den Öffentlichen sehen sind doch nur die Spitze eines Eisbergers unter der Wasseroberfläche steckt jahrelange Wirken jahrelange Arbeit sozusagen aber keine Arbeit das solltest du nie mehr antun arbeiten arbeiten tun nur Sklaven und der Mensch ist der einzige Sklave hier auf dem Planeten der Mensch ist der einzige der Mensch sagt dass er der der weißeste oder der klügste Wesen hier aber tut mir leid wenn ich das sage der Mensch ist der einzige Sklave hier und er versklavt auch noch andere Tiere und es muss aufhören genau deswegen ist diese Millionär Ausbildung entwickeln damit wir aufhören mit diesem Kindergarten und du entscheidest du entscheidest für dich ob du bereit bist ja ob du bereit bist du entscheidest und Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner bis sich die Sache durchgesetzt hat also sei ein Spinner sei ganz verrückt erlaub es dir genauso zu leben so zu sein denn alles im Leben fängt ganz klein an alles noch nie ist jemand schon Millionär geboren sozusagen alles hat sich entwickelt und wenn du schaust das Schicksal der Lotto Millionär wenn du jetzt die Leute jetzt gibst eine Million Euro die sind noch ärmer dran als vorher weil sie einfach nicht diese Bewusstsein haben das meine ich ja das ist das Wichtigste diese Bewusstsein zu entwickeln weil wenn jetzt jedem Menschen würdest du jetzt eine Million Euro geben die sind ärmer dran als vorher weil sie einfach das Bewusstsein nicht haben damit umzugehen das Bewusstsein haben mit Geld umzugehen man fängt es schon an nur mit 100 Euro was die Leute machen aus 100 Euro da fängt es schon an dass die Leute nicht gelernt haben Weise mit dem Geld umzugehen sondern sie sind nicht einmal dankbar dafür und klar wie soll der zu dir kommen wenn du nicht dankbar bist oder wenn du sagst das Geld ist doch nicht wichtig das sagen doch viele Leute das Geld ist doch nicht wichtig erzähle du doch auch deinem Partner das oder deine Kinder hey du bist noch nicht wichtig wie lange glaubst du geht das gut und so machst du auch mit dem Geld und dann wunderst du dich ja wieso kommt das Geld nicht zu mir oder wieso lebe ich nicht so in Reichtum wie ich es haben will wieso lebe ich nicht mein Traumleben weil genau du trittest mit den Füßen und du merkst es ja gar nicht das Mägen sag ich ja diese Blockaden was du hast diese Gehirnwäsche was du hast ja die hindern dich genau so ein Leben zu leben also nur wenn du dich traust zu träumen und diese Ideen auch umzusetzen kann diese kleine Idee eine ganz große werden denn der Geist hat keine Grenzen nur den Grenzen die wir selber uns gesetzt haben erkenne die Wahrheit also entwickle mit dir genau diese Bewusstsein und was wir brauchen sind wirklich ein paar verrückte Leute dann steht euch an denn seht euch an wohin uns die Normalen gebracht haben das hat uns der George Bernard Shaw der irische Schriftsteller und Nobelpreistänger gesagt genau denn kein Millionär ist auch keine Lösung also mach es dir bewusst was du träumst kannst du auch erreichen du kannst alles erreichen dir ist alles möglich lass dir von niemandem sagen dass du etwas nicht erreichen kannst lauf weg wenn dir jemand versucht dir zu sagen du kannst das nicht oder du kannst etwas nicht erreichen du kannst alles erreichen du kannst alles du kannst Millionär werden du kannst erfolgreich werden du kannst alles lernen das ist so wie eine Fremdsprache du kannst alles lernen das hängt von dir ab ob du wirklich willst ob du bereit bist wirklich ja wirklich dein Leben zu leben und deswegen komm in unsere drei Monate Ausbildung und verwandel dein Leben für immer entwickle diese Reichtum-Bewusstsein entwickle diese Millionär-Bewusstsein denn du machst es ja nur für dich und für dein Leben und natürlich auch für deine Familie und für die Leute die mit dir zu tun haben weil die merken oh du bist jetzt du weißt was du willst du lässt dich nicht mehr jetzt von links nach rechts schützen sozusagen und jetzt ist wichtig jetzt wo wenn wir jetzt mit dir diese Millionär-Idee entwickeln es ist wichtig dann natürlich dass du jetzt deine Strategie dein System aufbaust wenn diese 90% jetzt stark sind wenn du weißt was du willst dein Millionär-Mindset steht es ist wichtig natürlich dein System denn Erfolg ist ein System Reichtum ist ein System Millionär ist ein System da ist kein Platz für Zufall oder Glück oder Schicksal weil viele Leute sagen ja ich hatte ein schweres Schicksal oder ja ich war obdachlos oder ich war das oder ich war Hartz IV Empfänger ich zum Beispiel hatte auch alle diese Erfahrung schon gemacht ich war auch obdachlos ich war auch mehrere Jahre Hartz IV Empfänger zu mir haben die gesagt aus dir wird nie was du bist zu nichts zu gebrauchen so haben die zu mir gesagt und jahrelang habe ich mir gedacht krass wozu bin ich hier ich habe keine Ahnung ich bin echt zu nichts zu gebrauchen und wo ich diesen Lehrer wo ich diesen Coach gehabt habe der hat gesagt doch du musst dich entscheiden nicht mehr zu arbeiten beende endlich die Sklaverei wie lange willst du diese Kindergarten hier spielen wie lange noch willst du endlich erwachsen werden oder nicht und ich habe zwei Jahre gebraucht und ich hoffe dass bei dir jetzt nicht zwei Jahre brauchst dass du endlich zu gewährst aber es dauert so lange wie es dauert und als zukünftiger Millionär musst du also vorangehen schau dir Menschen wie Albert Einstein an wie Thomas Elba Edison Steve Jobs Nikola Tesla Henry Ford Jeff Bezos oder Elon Musk an dann stell dir vor diese Leute hätten auch aufgehört weil viele Leute leben ja so oberflächlich da sagen sie probieren sie einmal zweimal dreimal und sagen sie schau ich habe alles gegeben bei mir funktioniert das nicht erzählt das Thomas Edison der 2000 Versuche gemacht hat um seine um die Glühbirne zu erfinden wo die Leute ihnen gesagt haben ja checken sie das nicht verstehen sie das nicht das funktioniert nicht und er hat dann gesagt was funktioniert nicht er hat also die unwiderrufliche Entscheidung getroffen er wird das erfinden es wird funktionieren er hat sich nicht beirren lassen von Rechnen die gesagt haben weil das Leben überprüft dich willst du wirklich dieses Leben führen willst du wirklich deine Freiheit leben oder willst du ein bisschen noch nur so bla bla machen so wie die meisten Menschen er hat sich nicht beirren lassen und hat einfach sein Ding gemacht bis es funktioniert hat und so ist jeder wirklich erfolgreiche Menschen die haben da die meisten Misserfolge sozusagen aber die geben einfach nicht auf weil sie wissen sie haben diese unwiderrufliche Entscheidung überprüfe jetzt für dich ob du wirklich das schon getroffen hast für dich ob du wirklich schon die Entscheidung für dich getroffen hast wirklich ein wahrer Millionär zu werden dass du sagst wow ich lebe mein Leben ist so geil auf der Erde ich bin frei ich bin wirklich frei in allen Lebensbereichen um das geht es das ist ja der wahre Millionär der wahre Millionär bedeutet nicht 10.000 Euro oder 100.000 Euro im Monat zu verdienen das ist viel zu wenig das ist langweilig das braucht keiner sondern wahrer Millionär bedeutet wirklich dein Leben zu leben dass du sagst wow wann ist endlich Montag ich lebe mein Leben das ist so geil ich lebe das wozu ich hier bin wozu ich geboren bin denn jeder hat seine Vision seine Träume und es geht genau diese Träume zu leben mach es dir bewusst also bist du bereit so ein Mensch zu werden oder hast du jetzt noch Ausreden Entschuldigung ja wieso bei mir das nicht klappt ich habe kein Geld ich habe das nicht und das was wir hier dir anbieten diese drei Monate Kurs ist für 998 Euro und wie gesagt das hat jeder und wenn nicht dann kannst du dir das ausleihen oder wenn du dir einen Kredit für einen Couch für 1.000 Euro nimmst dann kannst du dir jetzt für dich einen Kredit nehmen für deine absolute Freiheit für dein Millionärleben für dein wahres Millionärleben also finde keine Ausreden finde keine Entschuldigung so geht das nicht so kann ich das nicht du kannst alles du kannst das und zeige dir dass du kannst weil das ist schon der erste Schritt wenn du schon an dem ersten Schritt schon scheiterst ja dann bist du nicht wirklich bereit dann bist du nur einer der nur labert so wie die meisten Menschen ja und dann wundern sie sich wieso sie krank werden sie wundern sich wieso diese Probleme haben wieso sie nicht wirklich frei sind aber hier in dieser Ausbildung hast du keine Ausreden mehr jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr keine Ausreden weil jetzt bekommst du genau das Wissen jetzt kannst du nicht mehr sagen oh ich habe nicht gewusst jetzt weißt du ich muss 100% Verantwortung übernehmen jetzt kannst du nicht mehr die Verantwortung abgeben zu oh wenn Gott will weil viele Leute sagen da wirklich ich habe sogar Millionäre erlebt na gut die hatten nicht diese Bewusstsein sag ich ja die waren nicht wirklich wahre Millionäre die hatten wirklich gesagt die waren ja krank die hatten ich weiß nicht welche Krankheit dann haben die wirklich gesagt ja wenn Gott will dann werde ich wieder gesund ja tut mir leid Gott will nicht dass du gesund wirst oder dass du nicht gesund wirst du entscheidest über dein Leben Gott entscheidet nicht über dein Leben du musst schon die Verantwortung übernehmen wenn Gott will ja dann werde ich reich wenn Gott will werde ich dann Millionär wenn Gott will werde ich gesund nein Gott hat mit das was du willst nicht du musst wollen du musst bereit werden auch natürlich natürlich die richtigen Schritte zu tun denn die Krankheit zum Beispiel will dich aufmerksam machen und das lernst du in diesem Millionärausbildung sag ich ja das ist ein ganzheitliches System das ist ein ganzheitliches System für dich damit du lernst nicht mehr krank zu sein weil eine Krankheit ist einfach nur eine Botschaft für dich wo du nicht hinsehen willst und eine chronische Krankheit zum Beispiel ist dann eine noch tiefere Botschaft dass du endlich aufwachst aus deinem Schlaf sozusagen also übernimm Verantwortung für dich und nicht nur mit dem Mund sondern mit deinem Leben mit deinem Tun denn Millionär wollen alle Menschen werden und Studien zeigen über 90% der Deutschen wollen Millionär werden aber schaffen tun es nur 2% wieso warum ist das so weil die meisten nicht bereit sind genau diese Schritte zu tun oder vielleicht die wissen nicht welche Schritte sie tun aber jetzt hast du keine Ausreden mehr weil jetzt in dieser Ausbildung bekommst du alle Schritte bekommst du alles was du brauchst um wirklich ein wahrer Millionär zu sein um wirklich 10.000 Euro 100.000 Euro oder das was dein Ziel ist im Monat zu verdienen deine finanzielle Freiheit geografische Freiheit dass du von überall auf der Welt dass du auf deiner Insel lebst dass du wirklich frei bist hier auf der Erde dass du nicht da gezwungen bist irgendwo zu sein oder so und deine zeitliche Freiheit natürlich dass du nicht mehr arbeitest sondern das machst was dich erfüllt und es ist keine Arbeit dass du dich wirklich erfreust wann es Montag ist also die eine haben Träume und träumen und träumen und tun entweder nichts oder sehr wenig dafür leben also oberflächlich und geben sehr schnell auf glauben dass es von Himmel fällt und finden immer Ausreden wieso es nicht gehen kann oder machen ständig das Falsche weil sie kein System haben und natürlich nicht das richtige Bewusstsein weil sie kein Wissen haben also wie es genau funktioniert also gib niemals auf denn die meisten Menschen geben bei der ersten Schwierigkeit schon auf und sagen dann siehst du ich habe es probiert aber es funktioniert nicht bei mir ich kann das nicht nur der kann das oder Gott kann das aber ich nicht du musst schon Verantwortung übernehmen also überprüfe jetzt für dich ob du wirklich bereit bist keine Ausreden mehr zu lassen und die anderen haben also das richtige Millionärbewusstsein haben die richtige Idee haben dann einen Masterplan entwickeln und genau das entwickeln wir mit dir in dieser Millionärausbildung dein persönlicher Masterplan und setzen ihn konsequent um also sie geben niemals auf denn sie wissen was am Ende steht am Ende steht ihr Ziel das was dein Ziel ist am Ende erreichst du dein wahres Millionär erreichst du dein Traumleben deine absolute Freiheit und für das stehst du auf für das machst du jetzt deswegen sag ich ja jetzt diese Monate das werden schwierige Monate sein sozusagen weil klar die ganzen Programme was du jetzt hast die sind ja gegen dich die arbeiten ja nicht für dich sozusagen die wirken ja nicht für dich deswegen hast du ja noch nicht deine absolute Freiheit dein Leben die wirken gegen dich und die loszuwerden sozusagen deine Grenzen zu sprengen genau das ist ja schon ein Prozess und das muss man schon tun das wird nicht so einfach sozusagen aber in Wirklichkeit ist alles ganz einfach alles ist also so einfach wie du es dir machst also mach es dir ganz einfach ganz einfach denn in Wirklichkeit ist alles ganz einfach es ist so einfach wie du es gelernt hast es dir zu machen also mach es dir ganz einfach erlaube es dir und sei es dir wert es dir ganz einfach zu machen denn all diese neue Millionäre haben eins gemeinsam sie haben also große Ziele große Ziele und große Träume und sind bereit so lange an ihre eigene Erfolgsprojekt zu wirken bis es Realität ist bis es wirklich in Erscheinung gekommen ist das heißt bis sie wirklich ihren wahren Leben leben bis sie ihren Traumleben absolviert haben also gib niemals auf lass dir wirklich von niemandem und nichts wirklich irritieren und dich auf von deinem Weg wegbringen denn ich kann dir schon sagen das Leben das Leben wird dich überprüfen ob du wirklich bereit bist deinen Weg zu gehen ob du wirklich bereit bist deine Schritte zu tun oder ob du dich irritieren lässt von anderen von Familie von Verwandten von Gesellschaft von deinen Ängsten von deinen Schuldgefühlen oder andere Programme was du hast von deinen Zweifeln die dir was anderes sagen dass du dein Ziel nicht erreicht dass du zu klein bist dass du zu was weiß ich was ich weiß nicht was bei dir was du für Programme genau hast und es geht darum genau diese Programme umzuwandeln dass du auch so eine Volkspersönlichkeit wirst dass du auch deine absolute Freiheit lebst denn wer etwas wirklich erreichen will oder haben will im Leben findet immer einen Weg mach es dir dir jetzt bewusst wer aber etwas nicht wirklich will findet immer eine Ausrede deswegen ist es wichtig dass du ja dass du keine Ausreden jetzt mehr hast und mit dieser Ausbildung hast du keine Ausreden mehr weil du hast absolut kein Risiko und jetzt hast du keine Ausreden mehr weil du bekommst jetzt das Wissen du bekommst alles was du wirklich brauchst um wirklich dein Leben zu leben deine absolute Freiheit also erkenne für dich das Wissen ist Macht angewandtes Wissen ist wirklich der Schlüssel und dieses Wissen darf in Können umgewandelt werden damit es umgesetzt wird denn Können ist König so wie Goethe es vortrefflich formuliert hat das heißt Wissen in Weisheit verwandeln denn ohne Wissen ohne Wissen kannst du nichts machen du kannst dir nicht einmal was zu kochen machen du kannst nicht einmal was reparieren ein Haus bauen oder Auto fahren du kannst gar nicht ohne Wissen hast du Wissen kannst du alles machen du kannst dein PC reparieren du kannst ein Haus reparieren ein Haus bauen du kannst Auto fahren du kannst Englisch lernen andere Fremdsprachen du kannst erfolgreich sein und das lernen und hier bekommst du genau diese Schritt für Schritt Anleitung wie du erfolgreich wirst wirst du wirklich ein wahrer Millionär wirst wirst du wirklich dein Traumleben absolvieren um das geht es ja wir vom Bewusstsein Universität leben das schon seit über 10 Jahren und es ist unser Traum unser wirklicher Wunsch dass jeder Mensch jeder Wesen wirklich sein Leben lebt seine absolute Freiheit seine Liebe und natürlich ist Reichtum und Geld einfach nur ein kleiner Teil das ist ja nur ein Spiegel eine bestimmte Spiegel von dir und deswegen ist es wichtig genau da auch Meister zu sein und es geht darum dein Meisterwerk aufzubauen und so wirklich deine Millionärbildung zu entfalten dein Reichtums Manager zu werden und so wirklich ein Geldexperte zu sein wirklich dass du anfängst Geld zu lieben dass du anfängst wirklich alles zu lieben und nicht gegen zu sein denn wenn du ständig gegen bist gegen das System gegen Politiker gegen das ja dann bist du genau bist du genau in diesem Kampf und genau diesen Kampf darfst du jetzt beenden es geht darum dass du dich auf dich konzentrierst und dein Leben lebst deine absolute Freiheit deswegen bist du ja hier bist du ja bist hier um dich weiterzuentwickeln also investiere jetzt Zeit und Geld in dich in deine Entwicklung in deine Größe in deine Kraft in dein Millionärleben in dein wahres Leben also was bist du dir wert wenn du weißt dass du 5000 Euro 10.000 Euro oder noch mehr jedes Monat verdienen wirst was bist du dir wert wirklich das zu investieren ich kann dir sagen diese Ausbildung kostet eigentlich mehrere hunderttausend Euro das ist das Wert dieses Ausbildung aber wir machen das so günstig wie noch nie zuvor das wirst du nirgends erleben für dieses Wissen was du hier bekommst für den Preis für 998 Euro ist wirklich geschenkt und du hast da kein Risiko weil du bekommst das Geld mit Geld zurück Garantie wenn du das nicht umsetzt also erkenne für dich die Wahrheit erkenne dass du jetzt keine Ausreden hast jetzt kannst du nicht mehr sagen jetzt weiß ich nicht oder ich habe das Wissen nicht oder ich habe das nicht jetzt gibt es keine Ausreden mehr weil hier bekommst du alles was du wirklich brauchst jetzt hast du keine Ausreden mehr wir zwingen dich sogar zu deinem Glück ja und das ist wirklich unsere ja Herzenswunsch dass jeder Mensch wirklich ein wahrer Millionär wird dass jeder Mensch wirklich sein Leben absolviert dass er sagt es ist so geil auf der Erde zu sein wann ist endlich Montag wann darf ich wieder was tun wirken aber nie mehr arbeiten das sollst du dir nie mehr antun sondern mach das und ich hoffe wie gesagt dass du nicht so wie ich zwei Jahre brauchst um dieses Wissen zu ja zu verinnerlichen zwei Jahre brauchst und überhaupt diese Schritte zu tun ich habe zwei Jahre gebraucht ja weil ich einfach noch nicht so weit war aber irgendwann mal wird jeder soweit sein also hab den Absicht wirklich in dich zu investieren denn die beste Investition in dein Leben ist die Investition in dich selbst in deine Bildung in deine Zukunft in dich selbst in dein Wissen denn Wissen ist Macht und angewandt Wissen ist König sei dabei und erlaube es dir wirklich ein Millionär zu werden ein wahrer Millionär ein wahrer Millionär in alle Lebensbereiche sei es dir wert wirklich deine absolute Freiheit zu leben sei es dir wert und du bekommst diese Umsetzgeld zurück Garantie wenn du es wirklich nicht schaffst ein wahrer Millionär zu werden wenn du das nicht wirklich von siehst was wir dir hier sagen wie gesagt du bekommst dein Geld zurück du hast absolut kein Risiko das ist das genialste und wir machen das weil wir das können weil wir das schon von unserer absolute Freiheit leben und wir wünschen uns dass jeder Mensch der das auch tut dann macht es für dich für deine Familie und plötzlich weißt du es ist Zeit etwas Neues zu beginnen und den Zauber der Anfang zu vertrauen also ab tief in dir diese Absicht jetzt entscheide dich unwiderruflich diese Ausbildung und Kurs erfolgreich zu absolvieren entscheide dich entscheide dich diese Schritte zu vollziehen entscheide dich wirklich dein Leben zu leben deine absolute Freiheit dass du sagst wow ich lebe endlich mein Leben meine Freiheit und buche jetzt deine Millionär Ausbildung deine 12 Wochen Millionärkurs Millionär Ausbildung und verändere dein Leben für immer denn du machst es ja nur für dich du machst es ja nur für dich für deine absolute Freiheit und entscheide dich mit uns diese weg zu gehen diese drei Monate jetzt und auch wenn es jetzt vier Monate dauert oder sechs Monate weil wie gesagt es ist schon eine Intensiv Ausbildung und es kann sein dass du es nicht in drei Monate durchziehen kannst weil das ist das weil du brauchst ja nicht weitermachen wenn der eine Schritt nicht vollzogen ist wir haben dir 50 über 50 Lektionen was wir dir jetzt hier anbieten deswegen ist es wichtig das muss alles sitzen deswegen dieses System was wir auch gebaut haben ist einmalig in dieser Welt und das darfst du genauso vollziehen und klar wenn du dein Bewusstsein so entwickelt hast und du in dieser Kraft bist ja dann kannst du so machen wie es für dich stimmig ist weil dann bist du so stark in dieser Bewusstsein hast du so ein Millionär Mindset aufgebaut aber solange das noch nicht so ist ist es wichtig genau diese Schritte was wir dir hier geben das heißt mach keinen zweiten Schritt von der ersten Schritt also buche jetzt deine Millionär Ausbildung investiere jetzt die 998 Euro für dich für deine Zukunft und sei dabei jetzt in die nächsten drei Monate wirklich Gas zu geben und verändere dein absoluten Leben für immer ja hab tief in dir diese Absicht und wir freuen uns von dir zu hören wir freuen uns mit dir diese Weg zu gehen diese Millionär Ausbildung mit dir gemeinsam wir freuen uns und ja ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Zeit dass du jetzt deine Zeit jetzt hier investiert hast und wir sehen uns in der Ausbildung danke für deine Zeit ciao